Ruth Gütter – Teil des Ganzen Temperaturen von über 40 Grad im Mittelmeerraum, Waldbrände in vielen Weltregionen, Überschwemmungen, die ganze Landstriche verwüsten. Wir erfahren gerade schmerzlich, dass es in seiner Beziehung zur Mitschöpfung keine Alleingänge mehr für den Menschen gibt und eigentlich auch nie gegeben hat. Denn wir erkennen in diesen Katastrophen, wir sind nicht das Gegenüber zur Schöpfung, sondern selbst Teil der Schöpfung. Sogar ein sehr verwundbarer und ohnmächtiger Teil. Das ist eine der großen Kränkungen in der Moderne. In den letzten Jahrhunderten glaubten wir, wir könnten uns unabhängig von der Mitschöpfung machen, sie mit Technik und Erfindungen beherrschen. Das hat sich nicht nur als Illusion erwiesen, sondern zu den ökologischen Katastrophen beigetragen, unter denen heute ganz besonders die leiden, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Teile der Mitschöpfung, Menschen in den ärmeren Ländern und die kommenden Generationen. Wie sollen, wie können Christinnen und Christen mit diesen großen Herausforderungen umgehen? Ich denke, zuerst sollte sich unsere Haltung ändern. Wir sollten demütiger werden. Annehmen, dass wir Teil der Mitschöpfung sind, dass wir von ihr abhängig sind im Guten wie im Schlechten. Das kann zu einer höheren Achtsamkeit und auch Dankbarkeit gegenüber der Mitschöpfung und gegenüber dem Schöpfer führen, der uns immer noch erhält und für uns sorgt. Ich persönlich rede auch nicht mehr von der Bewahrung der Schöpfung, denn auch diese Wendung suggeriert, dass wir in einem Gegenüber zur Schöpfung stehen. Die Schöpfung wirklich erhalten und bewahren kann nur Gott. Wir können achtsamer mit ihr umgehen, sie wertschätzen und uns an ihr freuen. Wenn wir die Mitschöpfung achten und ihr weniger schaden würden, wäre das schon sehr viel. Ruth Gütter, Teil des Ganzen Gelesen von Helge Heinold Aus dem diesjährigen Fastenlesebuch »Komm rüber, sieben Wochen ohne Alleingänge« Erschienen in der Edition Chrismon O Titels Nahar 1 13 14 20